So, ich habe nicht gegoogelt, wo es die einzelnen Sachen gibt, sondern nur mich über diese explosive Powder informiert, und zwar, das kriegst du von Kugelfischen gedroppt, wenn du die tötest. Dabei musst du nur beachten, warte kurz, dass die nicht explodieren, weil du daran vergiftet wirst. Aber ich bin der Meinung, wir hatten trotzdem schon mal eins, und zwar auf diesem allerersten Metallturm, der im Ozean stand, dass es da schon mal was gegeben hat. Ja, da müssen wir uns besorgen. Nein, nicht schon wieder explodiert. Oh Mann, das ist so schwer. Versucht ihr von hier oben aus, also hier, je, was ist das für ein Geräusch? Anzulocken, und dann mit einem Pfeil und Bogen abzuschießen. Ja, Pfeil und Bogen bringt ja unter Wasser nichts. Der Job geht mit Vanille an, da runter. Du schießt ja ins Wasser rein. Verstehst du? Du lockst ihn an und schießt dann von außen ins Wasser rein. Dann lock mal. Ich hab nicht mal mehr in Balken leben. Ey, Dago, du hast vorn rumgemeckert, wir haben kein Holz. Ich bin jetzt dabei, Holz zu bauen, also die Teile hier. Ich hab nämlich aktuell 37 Holz im Inventar. Ja, Seil, Nägel, was, Scharniere? Tatsache. Scharniere. Einen Sprengler baue ich dann auch gleich noch. Nägel. Mit Teilschrott brauche ich. Ein bisschen Plaste und Seile. Ne, da war nichts mehr drin. Machen wir hier schnell den Sprinkler. Brauche ich wieder Bolzen. Gut, die hole ich dann. Oh, hey. Da gab's irgendwas. Der war unser erster. Ich brauche noch drei Holz. Ernsthaft? Ähm. Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab Holz. Eik? Ja? Ich hab das rausbekommen, was ich nicht dachte. Und zwar explosiv ist ein Schleim. Weil sie jetzt. Trocknen. Den müssen wir bestimmt in der Schmelze trocknen. Okay. Tatsache. Das funktioniert. Juhu. Endlich. Aber ohne diese kleinen Hilfe wären wir halt echt ewig hinter der Gerankloch. Und dann kommt dort der Sprinkler hin. Der steht so. Dann muss der so rum. Nein. Oh, jetzt haben wir keine Bolzen mehr. Und kein Metall mehr. Hier. Hier, komm her. Ich brauche nämlich eine Axt. Danke. Also, vier. Ja, ich hab auch noch vier im Gepäck. Müsste ausreichen. Was gibt es irgendwo jetzt? Genau. Ich brauche noch ein Bolzen. Mal das da hinsetzen. Das da hin. Guck mal, kannst du wieder drei machen hier. Funktioniert das mit dem Sprengtack? Zur Not setze ich noch ihn. Das ist nicht das Thema. Ich muss halt erst mal deine Trennwände hier wieder einsetzen. Dazu brauche ich wieder Leafs. Oh, viel Spaß. Ich werfe die mittlerweile schon weg. Weil jede unserer Kisten voll ist. So, 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 so. Oh, wir haben ein explosives Powder. Eins verwende ich zum Erforschung, bevor wir das vergessen. So, 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 so. Wo hab ich... Nein, hab ich das rausgeschmissen? Was denn? Was denn? Drei? Ich hatte doch noch eins. Oh, ist das jetzt unten in der Kiste drin? Nein. Ja, da ist es. Ich hatte noch so ein Baumteil zum Setzen. Deswegen war ich jetzt so ein bisschen erschrocken. Kommst du mit, oder? Äh, kriegst du doch bestimmt alle hinein, oder? Ja, weil sonst... ... wolltest du immer dabei sein, da umfragen. Ich mache jetzt gerade die Baumteile, denn wir haben gleich alle, dass du da Holz produzieren kannst. Okay. Ähm. Also, erstmal so weit alle, wie, äh, benötigt wird, denke ich mal. Ah, ich schau mal nach oben. Äh, warte. Nach oben. Hier, auf die Klippe, zu mir. Ja. So. Äh, da kommt was runter. Hätte ich denn mitfahren sollen? Äh, ich gehe es holen. Okay. Das war geil. Ich muss das Baumteil jetzt mal ganz kurz warten. Achso, aber das an den Baumplantagen, das war noch nicht alles, nur, da kommen noch ein paar. Wollte ich dir nur mal so sagen. Hier ist ein Männchen kicken. Was ist das? Aufnehmen. Seilrutschenteil. Oh, Armin, ey. Da war so eine selbstgebaute Puppe dran. Das hatte uns aber auch, glaube ich, nie jemand erklärt, dass man explosives Powder durch die Kugelfische bekommt. Nee, hat es auch nicht. Und ich muss mich auch im Namen von Ike dafür entschuldigen, dass wir Nico verdächtigt haben. Weil der... Das erstens, das war ja nicht mal Bestandteil in einer Folge. Also, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass wir schon mal eins hatten und er das für irgendwas verwendet hat oder Dings im Inventar hat. Wir können ja mal gucken. Wie sieht denn das explosive Puder aus? Blaues Gunpowder. Okay, auch in der Form wie Gunpowder. Ja. Können wir doch im Forschungstisch nachgucken, ob man das für irgendwas gebraucht hat. Und ich habe zwei Baupläne. Bist du schon dort oben? Ich schaue doch rechts oben. Bei der Krankenstation meine ich jetzt da. Achso, nee. Ich habe jetzt gerade erst mal das Ding gebaut. Also den Bauplan für uns vereingestaltet. Ähm, ja. Genau. Er hat es verbraucht. Für? Den Netzkanister. Da brauchst du explosives Pulver dafür. Nee, das habe ich jetzt erst heute freigeschaltet. Achso. Ja. Weil wir hatten die ganze Zeit den Netzwerfer, aber da haben wir kein Kanister dazu, weil wir kein explosives Puder hatten. Okay. Das hatte ich dazu gemacht. Okay. Ähm. Ähm. Naja, ist ja jetzt auch Latte. Nico ist ja eh nicht mal Bestandteil dieses Projekts. Ey, kannst du mal bitte in den Erforschungstisch schauen, ob wir da irgendwie was zu Seilrutschen finden? Oder in deinem Crafting-Menü? Äh, Seilrutsche. Achso, okay. Bin schön. Ich dachte gerade. Willst du mitkommen? Dann baut du noch so ein Teil zum Lazaret. Äh, ich muss erst mal gucken, wo man das baut. Dort. Ich brauche noch Plaste. Ah, ich komme nochmal zurück. Arschbomber. Ja, meine Notar ist gerade randvoll. Ja, keine Ahnung. Weil ich halt immer noch da oben schnell setzen will. Warum hast du eigentlich vorher meine Wände abgerissen, dafür dass sie jetzt wieder da sind? Ja, ich dachte, ich setze es vielleicht doch nochmal um. Da brauchen wir unbedingt Wasserleitungen, weil diesen endlos großen Weg da immer hin zu latschen. Ja, das machen wir alles schon. Aber im Übrigen, hier an der Seite kommen auch nochmal Baumplantagen hin, nur dass du Bescheid wirst. Was ist denn, wenn wir hier oben, da oben einen Sprinkler hinsetzen? Der müsste doch dann... Was brauche ich noch dafür? Eine Light Plank und Kunststoff. Light Plank, Light Platine. Ey, wir haben keine Batterien mehr. Ja, ja, immer mit der Ruhe. Wir haben doch jetzt alle Zeit der Welt. Jetzt sind wir verarscht, jetzt brauche ich ein Plastik wieder. Das da rein. Ey, siehst du bei mir irgendeine Veränderung? Bist du auf den gelben Fleck in vorne und den braunen Fleck hinten in der Hose? Nö. Ich brauche wieder Plastik. Oh Gott, ich brauche einen Schamier, einen Bolzen. Einen Schamier, einen Bolzen. Hä? Wo ist jetzt? Nein, fick dich. Ich habe das Falsche gebaut. Nee, hä? Wieso habe ich zweimal Seilrutsche im... Egal. Ach, du hast sie dann schon bekommen. Ich hatte auch eine bekommen, darum. Oh Mann. Ich wollte schon sagen. Ich wollte übrigens gerade auch schon eine bauen. Ich bin ja hinten losgegangen. Jetzt. So. Irgendwas steckt mir gerade im Hals fest. Da, guck mal. Ja. 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 Dann tue ich ein Seilrutschen-Ding hier rein. Ich brauche ja keine zwei. Und Batterien, hast du gesagt, brauchen wir noch. Kann auch gerne gleich wieder drei, vier, fünf Stück sein. Äh, warte, muss ich gucken. Denn dafür brauchen wir zum Beispiel Kupfer. Ja. Ja, ich bin schon dabei, welches zu schmelzen. Batterien hier. Schrott. Das, das. Ich habe zwei Stück. Ich lege die erstmal hier oben wieder in die Standardkiste. Müsste ja... Ja, ist Platz. Wo sind denn die ganzen leeren Batterien hin? Die sind in der Kiste. Das sind nur drei leere. Ja, genau. Weil die anderen sind ja neu verbaut jetzt irgendwo. Okay. Ich habe da immer ausgetauscht. Ich dachte schon... So, wir haben Plastemangel. In der Kiste ist kein Plastemangel mehr drin. Dafür hast du bitte so viel Plastemangel verbraucht. Für alles. Zum Beispiel die Batterie braucht sechs Kunststoff. Der Sprink... Pass auf. Der Sprinkler braucht zwölf Kunststoff. Was macht deine scheiß Schaufel da? Ja, die nehme ich dann gleich wieder raus. Was? Batterien waren... Hier. Darko, kommst du mal zu mir? Hm? Ähm... Du darfst gleich einsammeln. So. Zwei Stück, okay. Gut, dann hat es nur für drei gereicht. Ich habe auch noch einen im Gepäck. Also warte, die setze ich gleich einfach hinten rein. So, wo war jetzt die Schaufel? Ey, da wenn ich mir das hier angucke. Jetzt stelle ich erst mal noch ein paar Seile her. Nur damit ein paar Leaves verschwinden. So, ähm... Let's go. Moment, Moment. Ich lerne noch aus. Ich brauche noch ein bisschen Essen. Und das brauche ich auch. Scharniere. Das da rein. Das da rein. Also wir brauchen wirklich noch Plastik. Wir haben nur noch zwei Stück in der Kiste. Das kommt wieder, wenn wir losfahren. Sammeln wir wieder genug auf. So. Fressi, fressi. Vielleicht gibt es beim Lazaretz auch noch welche. Ähm... Nehmen wir das da mit. Dann lasse ich diese merkwürdige Suppe nämlich hier. Die Kartoffel lasse ich hier. Und das. Äh... Da bist du. Da, 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 da... Okay. Falsch. Richtig. Nein. Doch. Warst du schon da drüben? Ne, wie denn? Ich habe noch gar keine... Hä? Was war denn das für ein Verreckerrutschen gerade? Geht das vielleicht nur zurück? Ach! Gucke mal. Ist höher, logisch. Ach du. Ah! Das habe ich jetzt... Die Dinger habe ich jetzt fast übersehen. Das heißt... Wir müssen noch einen höher. Ja. Die Dinger würde gehen. Die Dinger würde gehen. Hui! Äh... Oh! Puh! Pass auf. Das wird knapp beim... Du musst... Direkt davor abspringen. Ich dachte man steigt automatisch aus. Nee, steht ja da, dass du Space drücken musst. Was machen wir jetzt mit diesen komischen Schweinen hier? Töten. Oh, die hauen ab. Nein! Machen sie nicht! Ah! Ich habe Heilsalbe. Ich muss mal ganz kurz meine Mütze hier aufsetzen. Ähm... Nimmst du mich mal bitte? Ich bin tot! Wo bist du denn? Ich wurde von zwei... Von diesen Schweinen die ganze Zeit. Warte! Penetriert. Oh Mann ey! Ich dachte die wären freundlich! Jetzt ist die Frage, wo ist unser Boot? Verpiss dich! Dann spring einfach runter ins Wasser. Nö, da kriegst man auch Schaden, Darko. Ja, aber nicht wenn du ins Wasser springst. Doch! Ich habe grad Schaden gekriegt im Wasser. Dann vielleicht im zu flachen. Hatte ich auch schon. Ach Mensch... Hä, aber... War hier nicht unser Boot? War hier nicht unser Boot? Das ist doch... Du siehst doch wo ich langlaufe oder? Nicht wirklich. Ich schaue... Rund auf den Boden. Finde ein Bett. Kann ich dich eigentlich werfen? Ne. Du könntest mir auch nur fallen lassen wieder. Ich seh das Boot. Ich seh das Boot. Ich leg dich neben dem Bett ab und geh ohne dich weiter. Ich würde so schnell sowieso nicht irgendwo hingehen. Was soll ich da alleine machen jetzt? Kannst du erstmal... Also ich meine mit erstmal die Schweine besiegen. Jetzt hab ich gegen die Schweine kämpfe. Ich renne vor dem Vizagodlus weg. Ja, aber das brauchen wir ja für irgendwas. Sonst wären sie dort nicht. Na ja, einfangen. Zum Einfungen... Na gut. Wenn du gegen sie nicht kämpfst, warte. Dann komm ich. Ich dachte halt echt, dass du gegen die... ...und... ...kämpfst. Das sind mir zu viele, um ehrlich zu sein. Ach was. Ich hatte ja auch nur Bekanntschaft mit 2 dieser. Ja ja. Die sind gerade wieder bei mir. Und wollen mich liebhaben. Oh. Ah. Hier hinten ist noch was. Oh. Schüsse zur Truhe des Bürgermeisters. Hä, bist du da jetzt schon drin? Ja. Ey. Hä, hä, hä. Hä, hä, hä. Nichts mehr zum Looten für den Daku. Oh, ein Rezept. Pilzomelette. Wir haben Eier. Du kannst kochen. Hä, hä, hä. Aber willst du mal lachen? Die Kiste des Bürgermeister. Die Kiste des Bürgermeisters ist irgendwo ganz woanders. Und zwar bei Major. Ja. Oh, ich schon bin. Haha. Major heißt der Übersetzvorgesetzte. Ey, steckt mir doch die Festschweine? Zwei... Halt du euch die Kiste öffnen? Mach doch. Ja gut. Kam nur Schrott, 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 Bolzen, Schrott und noch mehr Schrott. Warum? Ich versuche jetzt mal so ein Schwein zu erlegen. Es muss ja aber noch was danach geben. Wir fehlen noch diese, sozusagen, diese Teams fürs Weiterkommen. Oh, Arschloch. Oh mein Gott. Ja, ich bin auch gleich down. Okay. Ist nicht so schön zu sehen. Hä, wie mach ich das mit der Heysalbe? Rechtsklick, linksklick. Achso, ich muss geklickt halten. Oh, ich hab hier zwei Häufchen zum Schaufeln wieder. Ja, da komm ich dann gleich hin. Erstes Schwein ist tot. Kämpfst du jetzt nicht doch viel? Ja, mit der Machete. Jetzt bleibst du mal ruhig liegen, du Arschlochschwein. Oh, ich hab hier auch noch zwei Häufchen. Hey, hey, ich hab meine Schaufel nicht mit. Hä, aber das... Nächstes Schwein ist tot. Ey, die Hittest du dreimal mit der Machete, dann fallen die tot um. Nächstes Schwein ist tot. What the fuck? Ich hab mit einem Speer tausendmal draufgekloppt. Und nächstes alles Schwein ist tot. Oh, die geben gut Leder, muss ich sagen. Darum wollte ich sie ja töten. Ich hab aktuell neun Leder im Gepäck. Vier, drei Schweine. Vierer. Hier ist noch ein bisschen Honig. Oh, die Folge muss ich jetzt langsam beenden. Das sind schon immer bei 25 Minuten. Ach so, die Schaufel brauche ich noch. Das Boot war da drüben. Was? Nix. Klang aber nicht gut. Nein, alles gut. Es ist nix passiert, es ist alles gut. Nichts ist gut, uns fehlt irgendwas. Na, was denn? Die nächste Nummer. Muss ja nicht heißen, dass es hier eine gibt. Doch, weil wir waren ja bei dieser Hauptquels, bei dieser Nummer. Und jedes Mal, wenn wir das gemacht haben, gab es die nächste. Ist ja auch logisch. Weil sonst kommen wir in der Hauptquels nicht voran. Darko, kurze Frage, wo hast du meine Schaufel gesehen? Die hab ich in die dazugehörige Kiste gepackt. Okay. Und fehlt noch einfach eine stumpfe Notiz irgendwo. Hast du die schon im Dingsbums gesucht? Da war nicht viel. War ein bisschen Plastik-Schrott und die Ene Kiste. Die Ene Kiste, Plastik-Schrott, ein bisschen Heilsalbe. Goldene und Silberne halt. Ich muss dir noch eine Notiz geben. Ich muss dir noch eine Notiz geben. Ich muss dir noch eine Notiz geben. Mal Electric. Alle shrane und sch jewelbe Tomar von Katzen open. Ich muss dir noch einen Aufmerksam. Beg Water Blatt, wenn Sie nome vor Ort. Da zum小心 Bericht usw sur.